Aber die Namen passen auch. Er hat echt prächtiges Haar. Bäumchen pflanzen. Ich es auch. Das ist doch so ein Hase. Hallo. Ich komme von da unten. Hallo. Kann ich sterben? Nö, ich habe einen Regenschirm, wenn ich runterfahre. Okay. Nein, ich will zurückgehen. Ich will zurückgehen. Ich will zurückgehen. Ja. Oh, Mikro-Bot. Oh. Gras-Hooks? Oder seid Wurm? Ich will den Wurm. Da Wurm hier nicht. Interagieren. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Die Düsternis ist einfach zu dick. Wir mussten den Hof schließen. Wir ziehen uns zwar zurück, hoffen aber, ihn eines Tages wieder aufzumachen. Kannst du eigentlich mal neu sprechen? Die Frage. Oh. Ach, lol. Die Taste war spannend. Ich kann also auf Tab drücken, um mit irgendwas zu interagieren. Ja, kann ich. Tada. Lass mal das Zeug hier kaputt machen. Yeah. Boah, ich habe Planken gefunden. Von dem Münster aus dem Altkönigreich. Okay. Will ich eine Kohle mitnehmen? Da ist der Fuchs. Aua, Fuchsi. Gegenstand. Das Grasfuchs scheint interessiert an deinem Futter. Futter an Grasfuchs geben? Okay. Oh. Wo ist mein Hof? Wo ist mein Hof? Wo ist mein Hof? Südfeldhof. Da hinten. Komm her. Hey. Oh, so süß. Komm her. Nein, ich hänge fest. Komm her. Komm her. Und ja, ich will diesen Fuchs adoptieren. Na, wenigstens etwas. Bin ich bald da, bin ich bald da, bin ich bald da. Oh, guck mal, ich habe schon viel mehr Hochbewertung. Grasfuchs adoptieren. Ja! Oh, Gott. Wo ist mein Grasfuchs? Oh, das ist so schön. Grasfuchs. Kleiner und flinker Graslandbewohner, sehr scheu, aber auch verspielt. Liefert Thron. Freilassen. Niemals. Guten Tag. Hier wurde auch nur ein Tier. Liefert Koffelmilch. Geil. Da geht's. Schade. Huch, was soll das? Die Kiste, oder? Ah, ich kann den Baum hier pflanzen. Yeah. Ich will immer noch in die Häuser rein. Warum darf ich in die Häuser nicht rein? Klar. Schade. Ich kann das. Nein. Schade. Oh, ich... Was? Tada. Wer bist du? Machst du hier ein Picknick? Cozy. Hast du meine Koffels gesehen? Es sind Prinzessin Glitzer, Fluffykins und Mr. Peabody. What? Ähm. Wie sind solche Lauser, meine Koffis? Wir wollten gerade unseren Morgentee trinken und Kleider anprobieren. Da waren sie plötzlich weg. Ey, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass du mir helfen wirst. Fluffykins wird ganz verängstigt sein. Eine Spur von Schleifen wird dich direkt zu ihr führen. Alter. 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 Oh, da ist's. Eww. Yeah, ich hab Seide gefunden. Wo ist mein Hammer, wenn ich ihn brauche? Oh, Kartoffelsamen. Ich kann Kartoffeln anpflanzen. Oh, ein Rotbär. Oh, ich glaub, ich hab noch ne Katze gefunden. Yo. Versteckte unter dem Trümmer ein Bleierz. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Miau. Miau. Du musst die gefundenen Geiste einsetzen. Drei von sechs. Okay, dann mich. Ah, wo ich die Tiere suche, ist auf der Minimap markiert. Äh. Sag das doch. Mensch. Was soll ich das denn wissen? Meins? Meins? Spur aus Schleifen. Ja, nee. Ist klar. Ich seh, ich dunkel mir schon richtig gut. Oh. Jo. Doch. Seh ich gut. Guck mal, ne Schleifen. Könnte, als wäre Fluffykins nach Süden gegangen. Oh, ich hab's geweckt, verdammt. Oh, da hinten leuchtet was. Oh, da hinten leuchtet was. Was? Oh, da unten leuchtet was. Oh, da hinten. Und das sieht aus wie, weiß nicht, Gift oder so. Ich glaub, ich will da nicht hin, oder? Nö, ganz und gar nicht, du. Ich geh mal ein paar Steine mit. Wiii. Meine Steine. Tierhaut. Und Bleierst. Und, weiß nicht. Scheint, als wäre Fluffykins nach links diesen Fluss entlang gegangen. Halte Ausschau nach einem Groffel. Das wird geleuchtet. Ich hab's genau gesehen. Du hast entdeckt Ton. Cool. Ich hab's noch keinen Groffel gefunden, aber ich hab' den da gefunden. Gib mir fünfmal Fisch und ich gebe dir etwas Tonnes dafür. Produktion Münze aus dem Altkönigreich. Ich füge x Gegenstände aus dem Rucksack hinzu, mit denen du folgendes produzieren willst. Hm. Füge 5G-Schäufe. Kann aber nicht angeln. Gar keine Angeln. Ich suche immer noch einen Groffel. Hallo, Groffel. 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 Und diese komischen Hasen. Da. Versuch Fluffykins. Jo. Wie hättest du eigentlich gestern bei Pokémon gekommen? Oh, ich, ähm, will jetzt in Herz hofen. Ich hab' ein paar Dingens gemacht, äh, 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 Wettbewerbe und Knospel hergestellt. Oh, Fluffykins, deine Schleifen und Fußbänder sind weg. Du musst, du müsst fühlbar traurig sein. Eine Umarmung hilft. Danke, dass du Fluffykins gefunden hast. Als nächstes ist Mr. Peabody dran. Sein schicker Zylinder müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Alter, die armen Tiere. Du hast neue Kleidung, siehst du die an. Dreiecker. Uh, kann ich sie auch anziehen? Alter, diese armen Tiere. Ich glaub, du hast eine neue Hose bekommen. Boom, rote Haare, perfekt. Ernsthaft, ich hab dich vorhin mit Perl ernsthaft schon überholt? Ja. Ich lass mir aber auch Vollzeit. Ich hab das Geisterhaus schon untersucht. Und ich hab keine Ahnung, wie viel Waumpels ich entwickelt hatte, bis ich ja nicht mal ein Schalocco hatte. Das hat lange gedauert. Sehr lange. Dann guck mal. Eine Blume. Und eine Blume. Ich suche einen Zylinder. Ein Ast. Oh, das ist eine Höhle. Ach, da waren wir eben drin. Ja. Okay. Zylinder. Mr. Peabody ist definitiv sehr lang gegangen. Na gut, das Geisterhaus hab ich noch nicht gemacht. Ich bin aber schon im Diamant nicht schlau draus geworden. Soll ich dir verraten? Bringt halt irgendwie erst was, wenn man die Top 4 besiegt hat. Nur so hab ich auch keinen hergestellt. Ich hab immer nur an einem Wettbewerb teilgenommen. Hi. Ich find's doof, dass ich den Touch dafür nicht benutzen kann. Ich fand das beim DS damals sehr angenehm. Kann ich das wegmachen? Drei von sechs. Alter. Oh, da hinten leuchtet was. Guck mal. Oh Gott. Okay, jetzt scheint Mr. Peabody nach links gegangen zu sein. Halte Ausschau nach einem Gruppel. Der da? Ich glaube nicht. Der ist nämlich nicht im Gebiet. Hallo. Der ist es nicht. Ich hab keine Ahnung mehr dran, wie es damals auf dem DS war. Du hast es mit dem Touchpad rumgerührt. Und aktuell rührst du mit den Joysticks. Wo ist hier hoch? Nein, nicht runterrutschen. Leuchtet was? Ich hab's genau gesehen. Joysticks rühren für dich kagal. Ja, ist es auch. Ob ich mit Touch probiert? Das wollte nicht. So, was bist du? Sternbild entdeckt. Wanderer hin. Und die Wettbewerbe sind auch ganz anders wie auf dem DS. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei den Anfängen so ist, aber süß und anders. Oh, Kräutersamen. Yum. Touch da. So bist du. Guten Tag. So, Mr. Yeah, Mr. Peabody. Hallo. Sieh dich an, Mr. Peabody, wie du aussiehst ohne Hut. Keine Sorge, bald bist du wieder so süß wie eh und je. Danke, dass du Mr. Peabody gefunden hast. Jetzt wird nur noch Prinzessin Glitzer. Eine glitzernde Spur wird dich zu ihr führen. Oh Gott, ihr armen Tiere. Wir werden so grobmotorisch. Dann so ein kleines Ding rumzurühren. Ja, das ist okay. Glitzernde Spur, Alter. Alter. Die haben die halt. Bringen sie ihr auch noch zurück. Genau, die Tatschfunktion auf der Switch nicht gut umgesetzt. Nicht? Ich hatte jetzt keine Probleme damit. Oh, was ist da? Ist halt stark. Die gleiche glitzernde Spur hier. Glitzert nichts. Was ist das denn? Ach, so ein Fuchs. Video Glitzer. Sie kann ich jetzt da unten. Das ist ein Ausrufzeichen. Hallo? Aha. Glitzer. Jetzt ist sie in Glitzer, ist ins Grasland gegangen. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Oh, ich habe das Sternenbild gefunden. Ich habe das offensichtlich noch nie versucht, in Elmer Crossing mit der Tatschfunktion einen Brief zu schreiben. Nö. Aber ich habe ein anderes Spiel, das nur mit der Tatschfunktion funktioniert und da funktioniert es gut. Scheint, als wäre Prinzessin Glitzer nach Vermochen gegangen. Wer weiß, was sie dort vorhat, halte ausschaut nach dem Kroffel. Weiß nicht. Essen suchen. Freunde finden. Andere Besitzer finden. Können nichts davon für übeln. Vielleicht. Sprich mit Meister Low. Gut gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich hier nunmehr zu Hause. Oh, falsche Stimme. Tritt ein und ruhe dich aus. Morgen solltest du mehr von Gemäa erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von deinen vermissten Schiffskameraden. So sieht man sich wieder. So sieht man sich wieder, Geisterseherin. Freut mich, dass du mit Fleder meiner Familie gefunden hast. Sie und dein Himmelskompass können dich an den Ursprung führen, den Ursprung der Düsternis und vielleicht auch an den von dir. Ich bin der Ursprung der Düsternis. Guten Morgen. Ich suche Regenmantel Garn. Jetzt, ob ich weiß, wie man das macht. So, ich suche immer noch einen Groffel. Guten Tag. Also, ich bin eigentlich aus Witz hier hoch, aber okay. Hi, Prinzessenglitzer. Ah, ich habe alle meine süßen Kuschelwuschelgroffels wieder. Wir werden so viel Spaß miteinander haben. Oh, Tier. Ich habe neue Kleider für euch. Und ich schneide euch die Haar. Hey, wo lauft ihr hin? Sie sind schon wieder davon gelaufen. Warum machen sie das? Vielleicht ist Hirtin doch nicht das Richtige für mich. Weißt du, ich wollte eigentlich schon immer Mode machen. Das ist es. Groffelmode. Hier für dich, Kosis Schuldschein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekommst du von mir etwas supermodisches dafür. Lauf, die kleinen Groffels. Lauf, ihr seid frei. Cute Overlord. Okay. Hallo. Hier, Groffi, Groffi. Groffi-Kinds, ihr Süßen. Ich habe ein Geschenk für euch. Nein. Versuche da den Ursprung. An sich im Kompass. Da hinten. Oh, oh ja. Okay. Da habe ich keine Aufgaben. Da ist irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ich wälfe es einfach nicht. Ich gehe da jetzt einfach hin. Muss ich dafür hier rein? Ne, da unten war ich ja schon. Da war ja nichts. Das ist bestimmt oben. Oben, 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 oben. 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 Ja. Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Gras, Land, Holz, Brücke, Holz. 15, Jane, 8. Okay. Cool, ich gehe noch ein bisschen Holz zu hacken. Holz hacken, Holz hacken. Doi. Nein, rein. Nein. Es hackt, schreibt mal mit H. Ja. Ich habe eine Hängebrücke gebaut. Easy. Ja. Juhu. Keine Baumsamen, ne? Nö. Schade. Mein Foksi. Da fühl ich dir wirklich Geister. Hier oben rum. Hey, Fox. Nein, bei Rat wird gekackt und nicht gehackt. Ah, okay. Wow. Ich habe mich vertippt, aber ich stehe jetzt in dem, was ich geschrieben habe. Okay. Es kackt also bei dir. Oh, da oben ist voll die fette Höhle. Voll der Königsfelsen. König der Löwen und so. Hui. Hier noch ein paar Blümchen. So viel Holz, wie ich heute gefressen habe, das muss ja auch wieder raus. Mh, lecker Holz. Yum.